Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal wie man eigentlich bei Windows 10 hier seinen Benutzernamen richtig ändern kann, wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Hier gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, zum einen wenn ich ein Microsoft Konto verwende mit dem ich angemeldet bin oder wenn ich ein lokales Konto verwende, die erste Methode zeigt jetzt mal wie es bei so einem lokalen Konto funktioniert. Ich gebe hier unten in meiner Suchleiste jetzt einfach mal Systemsteuerung ein, das schlägt dann normalerweise eh gleich vor, klicke hier auf die entsprechende App drauf und jetzt dann muss ich ja mal hier drüben beim Benutzerkonten draufklicken, gehe nochmal beim Benutzerkonten drauf und hier können wir schon sehen, dass hier rechts mein lokales Konto ist, Max Mustermann und da drüben kann ich jetzt den eigenen Kontonamen ändern. Wenn bei dir diese eine Zeile eigenen Kontonamen ändern nicht zu sehen ist, dann hast du relativ sicher ein Microsoft Konto, so wie ich es bei der zweiten Variante jetzt dann im Anschluss auch noch zeigen werde. Ich mache es jedoch mit einem lokalen Konto, weswegen ich einfach mal auf eigenen Kontonamen ändern draufklicke und anschließend hier unten meinen neuen Namen eingebe. Ich nenne jetzt einfach mal Hans Mustermann, das passt auch schon. Eventuell musst du vor diesem Schritt auch noch dein aktuelles Passwort zur Bestätigung eintippen. Bei mir passt es auf jeden Fall, weswegen ich jetzt auf Namen ändern gehe und schon können wir sehen, dass das lokale Konto hier von Max Mustermann auf Hans Mustermann umgeändert worden ist. Wenn du jetzt jedoch ein Konto verwendest, was mit Microsoft verbunden ist, dann wirst du hier diesen Reiter Namen ändern, wie gerade eben nicht finden und hier müssen wir einfach etwas anders vorgehen. Ich gehe hier links unten mal auf mein Windows Symbol drauf, dann hier oben auf meinen entsprechenden Account, klicke drauf und nun auf Kontoeinstellungen ändern gehen. Jetzt öffnet sich auch schon ein neuer Reiter, hier können wir sehen, das ist mein aktueller Name, auch Profilbild und alles mögliche. Und da muss ich jetzt einfach mal hier auf diesen Link mein Microsoft Konto verwalten draufklicken und nun öffnet sich das Ganze im Internet Browser. Hier links drüben kann ich jetzt mal noch meinen aktuellen Namen sehen, hier gehe ich einfach mal etwas weiter runter auf weitere Aktionen, Profil bearbeiten und jetzt öffnet sich auch schon das Fenster, wo ich alles von meinem Microsoft Konto einstellen kann. Genauso wie hier mein Name mit Namen bearbeiten. Ich gehe hier drauf, jetzt kann ich zum Beispiel den Nachnamen Mustermann hier verwenden, anschließend muss ich noch diese Sicherheitsfrage abarbeiten, also die ganzen Buchstaben richtig eingeben und auf Speichern klicken und somit haben wir dann auch schon den Benutzernamen bei Windows 10 richtig geändert. Noch als Information, jetzt kann es danach übrigens noch etwas dauern, bis wirklich dieser Name auch richtig geändert worden ist. Also hier nicht verrückt machen, wenn es vielleicht ein paar Stunden dauert. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehör-Produkten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast. Danke. Danke. Danke.